Alhamdulillah gehen und jetzt die zweite Etage schon sagen. Das ist der Treppe zur dritten Etage. Wie ihr seht, das ist der Decke, der ist jetzt schon gegessen, schon fertig, schön protoniert. Ja, inshallah fehlt uns jetzt noch die Innenausstattung, dass wir inshallah in den nächsten zwei Monaten und das weiße Haus komplett fertig haben, damit das wie Aschallah anfangen kann. Bis dann da.